Hallo, mein Name ist Gerd Schulte-Landwehr und ich bin Vertriebsberater bei Brevant Seeds. Wir bei Brevant möchten die Dinge einfacher machen. Deswegen hier in 30 Sekunden alles zu unserer mittelfrühen Hybride DS1897B. Was macht die DS1897B so besonders? Hier passt die Optik zur Leistung. Ertrag ist hier das Stichwort. Egal ob Gesamtpflanzenertrag, Energieertrag oder auch Stärkeertrag, die DS1897B ist einfach Spitze. Zusätzlich punktet die DS1897B durch ihre hohe Körnerleistung und ihre Anbaueignung für kühle und nasse Standorte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017